Gelesen aus 365 mal Ehr von Wilhelm Busch, 24. Mai Sie entsetzten sich aber alle und sprachen einer zu den anderen. Was will das werden? Apostelgeschichte 2, Vers 12 Ohne sich um kirchliche Planungen oder staatliche Behörden zu kümmern, also einfach mitten hinein in das menschliche Treiben, gab Gott seinen Heiligen Geist am ersten Pfingsttag und genauso unbekümmert um alles, was sonst geschieht, lässt er seinen Heiligen Geist heute wirken. Da gibt es dann jedes Mal eine Unruhe und es tauchen die alten Fragen auf. Was soll denn daraus werden? Nun, darauf gibt uns die Bibel eine dreifache Antwort. Der Herr Jesus wird wichtig gemacht. Der natürliche Mensch hat keine Ahnung, wer dieser Jesus ist und es beunruhigt ihn auch nicht. Denn er kommt ganz gut ohne ihn zurecht. Wenn aber der Heilige Geist durch die Lande geht, dann wachen die Gewissen auf. Menschen werden unglücklich über sich und ihre Sünden. Und dann lässt der Heilige Geist alles Licht auf den gekreuzigten Erlöser fallen. Nun eilen die Menschen auf ihn zu und glauben an ihn und preisen ihn. Menschen werden neu geboren. Das klingt unglaublich, aber es ist so. Was alle Kräfte der Welt nicht zustande bringen, das kann der starke Gottesgeist. Er macht neue Menschen. Ob wir solche Verwandlungen nicht nötig haben? Die Gemeinde des Herrn wird gesammelt. Was will das werden? Fragten die Leute am ersten Pfingsttag. Am Abend sahen sie es vor Augen. Dreitausend Menschen glaubten an Jesus. Und die waren nun, wie die Bibel sagt, ein Herz und eine Seele. Die Gemeinde des lebendigen Gottes hatte begonnen, sich zu sammeln. Herr, bitte lass auch bei uns den Heiligen Geist offenbar werden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Jesus Christus segne dich.